Gut, dass wir so viel Zeit hatten. Das hätte man, glaube ich, niemals in einer Zeitperiode geschaffen können. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man tun muss. Danke für die Fahrt, Chloe. Ich bin gerade in der Zeit für meine Art-Lehrung. Danke, dass du mit mir gekommen bist. Sorry, dass du so faszinierst bist. Nichts, was uns immer an uns passiert, ist, oder? Hör, dein Rewind-Power muss mit dem Schnee gestern sein werden. Das könnte deine Tornado-Vision erklären. Was soll es denn? Hm. Explain what? Schnee equals a ginormous Twister, that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You all through the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about Chaos-Theorie? Äh, ja, eigentlich schon, aber gut. Äh, it means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because it can, and will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a Tornado, Rewind-Power, and Freak Snow? Hello, Armageddon! So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Ach, ja. Naja, gut. Plus, wir sind eigentlich in dieser Episode nicht vorwärts gekommen bis jetzt, oder? Ich meine, wir haben nur mit Chloe ein bisschen Spaß gehabt. Aber jetzt, ha? Scheint so, als würden wir hier nochmal einiges erleben können. Ich habe ein wenig Zeit für Mr. Jeffersons Klasse, also, ich kann ein bisschen Wanderung machen. So, are you going to that Vortex Club-Party? Hey, Justin. Justin Owens looks down. Jetzt kriege ich bestimmt auch gleich von ihm hier Schelte und so, weil ich natürlich was Böses gemacht habe. Boah, nee. Ja, ja, da steckt zu viel Wahrheit drin. Okay, jetzt kriegen wir bestimmt gleich einen. Ich versuche, Principal Wells always looks distressed. Sir? Oh, hallo, Max. Ach, ja. Ähm, ja, er hat ja zu Nathan gesprungen. Außer Waffen, natürlich. Au, das mit Kate sollten wir vielleicht mal sagen, hä? Ja, dass alles wahr ist. So, sprühen wir nochmal zurück. Äh, warte mal. Ich sprühe mal schneller zurück. So. Ich will das mit der Surveillance nochmal sagen. Äh, mit der Überwachung. So. Ja, okay, es interessiert ihn gar nicht. Aber das ist so. Bis jetzt haben wir nicht einmal gelogen über irgendwas, glaube ich. Ähm, Trevor. Was ist hier los, Courtney? Achso, alles Vortex. Join us. Or die. Äh, hehehe. Ja. Hey, Courtney. Oh, ich will noch mit Courtney. Reden gleich. Courtney will do anything for Victoria in the Vortex Club. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club Soiree. Really? Oh, like you care. Natürlich tue ich das. Ich bin nicht anti-Swoiree. Du siehst anti-Fashion, doch. Eine Vortex Club Party hat einen strikten Dresscode. Hast du sogar eine Dress? Sorry, aber ein tolles Mal. Ah, jetzt können wir aber was probieren. Wir müssen uns, wir dürfen uns Vorteile verschaffen. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos. Really? Oh, like... Ha, Dresscode. I'm sure the Vortex Club has a Dresscode. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you knew this Thai fashion. Tell you what. I'll put you down on the guest list and before the party I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Es ist sinnvoll, alle Optionen offen zu haben. Wir müssen ja nicht dahin gehen. So insane. Seriously. Hello, Klimaschutz. Was? Was? Im Änderung. Übrigens, das ist Lizenz, die Musik, die ich da höre von dem Telefon. Haha, schnell wegrennen. Ähm. Ich werde herausfinden, was mit dir passiert, Rachel. Absolut. Werden wir das? Ähm. Ja, ja, ja. Wir gehen ja jetzt. Wir sind ja jetzt anscheinend doch eingeladen. Ähm. Hier noch irgendwas. Das Poster kennen wir schon. Zack mit dem Kylochiden. Zachary always looks like he's ready to throw a football. Trophäe. Blackwell sure takes it swimming seriously. Ja, das haben wir schon mal gehört. But, hello, Zack. What's up, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sexed in Victoria. Das ist schon vorbei. It's over. Just another Blackwell-Mani-Drama. You mean stupid shit? Man, I just don't give Victoria. What does she want? Probably for all of us to talk about her. Like now. No. You're pretty smart, Max. See you at the game Friday. Ich find die, die, der Hall, der da in der Stimme ist, ist ein bisschen zu stark. Hey, Bro. Later. Bro. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stop. Ich glaube, das haben wir alles schon gesehen, oder? So. Kalte Getränke. Oh, sollten wir das wirklich tun? Naja, mal gucken. Vielleicht können wir es ja in einer Konversation herausfinden. Mal gucken. Was ist denn mit Kate? Vielleicht macht er sich nur Sorgen. Was ist denn mit Kate? Du stehst zwischen uns in einem ziemlich schlechtesten Moment. Sie ist eine andere Sache entweder. Kate hat nichts getan. Max, das ist nicht nur über Kate Marsh. Meine Frage ist für die Sicherheit von all Blackwell-Students, including Sie. Das wird mehr als die Kameras surveillance. Es wird mehr als Frau Grant und ihre Petition zu finden die Studenten zu finden. Ist das deine Verantwortung als Herr von Sicherheit? Unless du wissen etwas über Rachel Amber oder was niemand anderes macht. Ich will nicht mit dir mehr kämpfen. Ich will nicht mit niemandem mehr. Das ist alles, Max. Das verstehe ich nicht. Warum möchte er nicht mehr mit uns streiten? Du solltest nicht beurteilen, mich jetzt zu sprechen. Aha. Ah, ich bin etwas verwirrt. Okay. Hey, Frau. Sie haben ein Meme benutzt. Sit down, Science Bra. Ja. Ist das nicht eigentlich immer ein Chemiewitz? äh, äh. Äh, ja. Jetzt fällt mir gerade keiner ein. Keiner auf Deutsch. Aber, äh. Ich kann einen auf Englisch. Ähm. Don't trust Adams. They make everything up. Ähm. Okay. Äh, okay. Cypherlab. Ha. Ist kein Schrödinger's Kein Schrödinger's Kätzchen. Das heißt, er ist wirklich da. Können wir gerne machen. Mir fällt jetzt jetzt auf, dass die, dass die, äh, Spinde, äh, in Blau, Rot und Weiß sind. Also, ne? Interessant. Macass will use protection next time. Mhm. Juliet is laying the smackdown on Zachary. Wetterrum war das hier, okay. Da gehen wir gleich hin. Unser eigener Locker. I hate having everybody see inside my Locker. Alles noch gut da drin. Nichts Neues. Zack. Ist er wieder zu. So, das Kate. Also denke ich mal, dass ich da noch nicht lang gehen sollte. Ich gehe jetzt erstmal hier rein und guck. Okay, warum sind die eigentlich nur, ach so, weil die Stunde noch gar nicht angefangen hatte. Miss Grant ist so cool und smart. Sie definiert die Worte Lehrer. Ich dachte, Lehrer, Lehren, und das ist so der Begriff fertig. Aber gut. ich könnte eine Mini-Warren mit mir zu meinen Wissenschaften bringen. Ja, anscheinend ist Max nicht die allerbeste, was das angeht. Aber hey, mit einer Zeit-Zurückspultechnik, ach, hier komme ich nicht hoch, verdammt. Mit einer Zeit-Zurückspultechnik könnte man ein bisschen mogeln. Yay. Eine periodische table. Ich wünsche, ich wusste, was periodische bedeutet. nach einer Periode geordnet. Konnten wir nicht gerade noch mit ihr reden? Achso, wahrscheinlich nicht von hier oben, sondern nur von hier. Ja, Tatsache. Hi, Miss Grant. Funny, ich war nur über dich, Max. Danke wieder, dass es gegen Kamerasververwaltung hier genommen hat. Alle Signature betrifft. Wie geht deine Kampagne? So was bräuchte man halt nicht unbedingt, aber ich weiß nicht, es gibt auch gute Argumente für Überwachung, aber ich bin im Allgemeinen eher dagegen. Fotos? Ich denke nur über alle die jemals Fotos, die ich nehme. Oh, das ist mein Lieblings Jahr. Ich liebe die Veränderung. Dieses ganze Kampus ist ein visuelles Erinnerung. Ich weiß, Herr Jefferson liebt, hier rumzuliehen. Du musst Herrn Jefferson ziemlich gut gut now Ja, was ist mit dem Schnee? Was ist mit dem Schnee? Was ist deine scientifische Explanation? Unsere Klima ist über Explanation. Okay, tschüss. Ich tschüss, Miss Grant, aber ich muss gehen. Das hoffe ich doch auch. Sie kann ganz interessante Informationen geben und äh, ist auch ganz interessant. Hey, es regnet ja jetzt plötzlich. Da Vinci hat ja vorhin schon geregnet. Seitdem wir hierher gefahren sind. Äh, Wissenschaft ist Kunst und Kunst ist Wissenschaft. Da ist nicht unbedingt was Falsches dann. Stimmt schon. So, wir gehen gleich zu ihm rüber. Think, big brain. Think.